Mein Name ist Paul Schulz. Ich bin Julita Witt. Mein Name ist Matthias Tonnessen. Mein Name ist Petra. Mein Name ist Andreas Clemens. Mein Name ist Stella Maria Adorf. Mein Name ist John. Mein Name ist Christian. Mein Name ist Ute Sute. Mein Name ist Norman Stehr. Mein Name ist Luca Jerome. Mein Name ist Ole Lehmann. Ich arbeite als Beziehungs- und Lifecoach. Ich arbeite als Social Media Manager. Als Softwareentwicklerin. Ich bin Schüler der 11. Klasse. Ich arbeite als Journalist. Als Schauspielerin. Flugbegleiter. Das, was mich ganz besonders stört, ist, dass es im Jahr 2014 immer noch Länder gibt, wo Homosexuelle und Transsexuelle wirklich gesetzlich verfolgt werden, kriminalisiert werden. Und dazu gehören die Länder. Russland, Uganda, Namibia. In den USA gibt es auch noch einige Staaten, die viel Nachholbedarf haben. China, Korea, Japan, Indien, Österreich und Deutschland. Und viele, viele mehr. Mir reicht's. Es gibt keine unterschiedlichen Wertungen zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Mir reicht's. Es ist Zeit, dass sich was ändert. Beides ist gleich viel wert. Beides hat es immer gegeben. Beides wird es immer geben. Genauso wie es immer dunkelhaarige Menschen und rothaarige Menschen geben wird. Mir reicht's einfach. Und beide sind gleich viel wert. Immer. Leute haben gekämpft, dass wir diese Rechte haben. Menschen gucken, wenn zwei Männer oder zwei Frauen miteinander Händchen halten oder es offensichtlich ist, dass sie ein Paar sind. Ich würde mir wünschen, dass wir untereinander in dieser Community, das Wort Community, auch wieder mehr uns zu Herzen nehmen und weniger auch untereinander uns bekriegen. Ich glaube, Menschen werden wesentlich fröhlicher und auch offener. Ich glaube, die größte Angst, die jemand hat, ist die Angst vor der Angst. Uns geht's hier relativ gut. Woanders sind sie immer noch in Lebensgefahr. Wenn ich aufwache und es gibt keine Homophobie mehr auf der Welt, dann haben wir einen riesen Schritt gemacht. Weil wir immer noch unter so vielen Sachen leiden und immer noch viele Menschen gar nicht wissen, worum es uns eigentlich geht in der Community. Und ich finde, man muss seinen Maul aufmachen, muss laut sein, muss Gesicht zeigen und deswegen tue ich das. Dann können wir uns auch endlich nochmal um andere Themen kümmern, wie Rassismus und Ausgrenzung aufgrund von Behinderung. Es ist ja nun nicht so, dass Homo- und Transphobie das Einzige ist, was noch im Argen liegt, sondern es gibt noch ganz viel anderes zu tun. Und ich denke mal, wenn die Leute, die von Homo- und Transphobie betroffen sind, wenn das Potenzial sozusagen frei würde, auch gegen andere Phobien anzukämpfen, dann wären wir schon ein ganz schönes Stück weiter. Komm zur Demo am 17. Mai nach Berlin. Komm zur Demo am 17. Mai nach Berlin. Wir brauchen dich. Komm zur Demo nach Berlin. Wir können mit einer Demo sicherlich nicht die Zustände in der Welt verändern, aber wir können auf diese Zustände aufmerksam machen. Deine Stimme zählt. Ich weiß, wir haben alle wahnsinnig busy und beschäftige Leben, wir haben alle keine Zeit, niemand kann etwas machen. Egal, drop everything, come out on the Straße. 17. Mai, zeig dein Gesicht, zeig dein Körper. Sei da für einen Nachmittag miteinander. Wir sind hier, wir sind Mitmenschen. Wir gehören, dieser Planet gehört uns für eine Weile. So, diese Zeit, die wir haben, machen wir etwas zusammen. Wir sind hier, wir die Menschen mit in den Griff. Wir sind hier, wir sind hier. Wir müssen die jemanden, die wir haben, machen wir das weiter.